Dein Klub, du entscheidest. Du liebst echten, ehrlichen Fußball? Du denkst, Fans sollten viel mehr mitreden dürfen? Dann werde noch heute Teammanager eines echten Klubs und führe deine Mannschaft von der Kreisliga in die Champions League. Ab jetzt entscheidest du. Und zwar jederzeit, von jedem Ort aus und über alles. Lege online fest, welcher Spieler das Team zum Titel schießt und welcher beinharte Verteidiger den Gegnern das Fürchten lehren soll. Exklusive Leistungsdaten und Videoübertragungen von Trainingseinheiten und Spielen unterstützen dich bei deiner Wahl. Aber vergiss nicht, das ist kein Spiel. Du bist Teamchef einer echten Mannschaft und Manager eines echten Vereins. Für nur 5 Euro monatlich wirst du ein echter Teammanager und bestimmst zusammen mit der Community natürlich auch über die Finanzen. Du entscheidest also, wofür deine Mitgliedsbeiträge gleich wieder investiert werden. Von Aufstellung über Kaderplanung bis hin zum Preis für die Stadionwurst oder Eintrittskarten liegt alles in deiner Hand. Und auch bei der Trainerfrage schaust du nicht mehr nur tatenlos zu. Stelle regelmäßig ein, wie viel Vertrauen du in den Trainer deiner Mannschaft hast und schaue dir an, wie deine Kollegen das sehen. Wer in deinem Club trainiert, entscheidest du. Mach mit und melde dich noch heute an. Besuche uns unter www.tc-freisenbruch.de und werde Teammanager des TC Freisenbruch 02. Kaderplanung des TC Freisenbruch 02.